Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Heute im praktischen Interview-Format, quasi Good Cop, Bad Cop, nur mit Film gesehen und Film nicht gesehen. Mein Name ist Rino und ich bin heute der Ahnungslose in der Runde und mein Stammtisch-Kollege Manuel ist heute derjenige, der einen Film, um den es heute geht, bereits gesehen hat. Es geht um Wunderland, ein Film, eine Dokumentation, ein Showcase über das Hamburger Miniatur-Wunderland, der am 7. März in die Kinos kommt. Manuel, was ist denn das Wunderland genau? Ja, moin erstmal, dann bin ich ja heute der, der Ahnung hat. Das ist auch mal nicht schlecht. Ausnahmsweise. Genau. Genau, wir können ja erstmal, was ist eigentlich das Miniatur-Wunderland und zwar ist das quasi die größte Modelleisenbahn der Welt, auch wenn, laut Guinness Buch der Rekorde, auch wenn ich sagen würde, dass das Wort, ja Modelleisenbahn dem Ganzen eigentlich nicht mehr so ganz gerecht wird. Und es wird auch, kommen wir dann später drauf, in dem Film so ein bisschen drauf eingegangen, dass eigentlich die Eisenbahn nur so ein bisschen mittel zum Zweck ist, damit einfach verschiedenste Welten erzielt und gebaut werden können. Und ja, darum geht es im Grunde in der Speicherstadt in Hamburg aufgebauten, auf einem riesigen mehrstöckigen Areal und jetzt eben auch seit, ich glaube, zwei Jahren haben sie jetzt auch expandiert auf die andere Seite, dass man dann über so eine Brücke über die Elbe, die Elbkanäle rübergehen kann in einen weiteren Abschnitt. Und er ist ein extrem populäres Ausflugstouristenziel, was auch regelmäßig in den Deutschland-Top-Wertungen für was sind irgendwie touristische Ziele, wenn die bewertet werden oder so auftaucht. Und ich weiß nicht, ich glaube, du hast angedeutet, du warst noch nie da, wo du in Hamburg wohnst. Das ist richtig. Ich kenne es ja auch nur, so wie du es beschreibst, als große Touristenattraktion, die man in Hamburg im Prinzip mal gesehen haben muss. Und ich bin jetzt seit, warte, lass mich auf den Kalender gucken, 17 Jahre in Hamburg und war noch nicht ein einziges Mal da. Obwohl ich auch Leute mit Kindern kenne, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ziehpunkt, dass man da mit den Kids auf jeden Fall mal hingeht. Ja, das hilft in Anführungszeichen natürlich auf jeden Fall, weil für Kinder ist es natürlich absolut genial. Ich glaube, ich war aber auf jeden Fall einmal da. Ich überlege gerade, ich glaube, ich war zweimal da. Okay, du warst also, du kennst es schon tatsächlich. Genau, genau. Und es ist wirklich, das kommt dann auch jetzt in dem Film gleich nochmal so rüber, aber ich finde, das ist wirklich absolut lohnenswert. Das ist einfach ganz toll gemacht und das ist eben nicht nur so, weiß ich nicht, man hat vielleicht so ein bisschen so ein dröges Bild vom Modellbau im Kopf. Na, die Modelleisenbahn-Klischees schießen einem da so ein bisschen durch den Kopf mit der Bahn im Keller und dem Enthusiasten, der da irgendwie 40 Jahre dran schraubt, damit das dann so ein bisschen durchtuckert. Aber das ist da nicht so. Ne, genau. Das ist da eigentlich tatsächlich überhaupt nicht so, finde ich zumindest, weil man ganz, also zum einen ist es natürlich ganz toll gebaut. Man hat Tag- und Nachtwechsel alle 15 Minuten. Das heißt, es verändern sich auch immer Dinge. Es sind Dinge in Bewegung. Es gibt Sachen wie einen Flughafen, wo Flugzeuge abheben, Schiffe fahren, autonome Autos fahren und ganz viele Dinge, die einfach passieren und zu entdecken sind. Und das ist wirklich absolut toll gemacht. Also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, da mal reinzugehen, wenn man in Hamburg zu Besuch ist und erst recht, wenn man da wohnt. Jetzt dieser Film, den du gesehen hast und der diese Woche in die Kinos kommt. Was erwartet einen da genau? Ist das ein Dokumentarfilm in dem Sinne? Ein klassischer Dokufilm über das Miniatur Wunderland? Oder ist das mehr so ein Showcase-Erlebnis-Film? Was genau ist das? Tatsächlich sehr gut gestellt die Frage. Ich habe es mich auch so ein bisschen gefragt, weil es ist nicht so eine klassische, ja, hier ist eine Doku über das Wunderland, würde ich sagen, sondern am Ende ist es tatsächlich eine, würde ich jetzt einfach mal behaupten, eine sehr cinematografische, exzellent gedrehte Einstellung. Aber als Geschichte ist so ein bisschen die, die Biografie der beiden Gründer, Gründerbrüder, schwieriges Wort, an der sich dann so, ja, ich sage jetzt mal langgehangelt wird. Und es geht zum Beispiel los mit einer, so ein paar sehr stylischen, absolut tollen Kameraeinstellungen in den verschiedensten Abschnitten im Wunderland, die dann alle noch dunkel sind. Es ist Nacht, es sind aber nicht mal die LEDs vom Wunderland an und man schwenkt halt so von den Pyramiden nach Las Vegas und verschiedene Welten direkt rein, womit man schon direkt so, finde ich, schnell klar wird, okay, man kann hier wirklich die verschiedensten Dinge erleben auf kleiner Fläche. Und dann hat man eine andere Einstellung, wo man dann so Hände sieht, die anfangen zu werkeln unter den Kulissen an irgendwelchen Kabeln, man hört ein Funkgespräch und irgendwie wird so über Probleme geredet und man hat so ein bisschen Apollo 13 Feeling oder so, wo so zwei entfernte Teams miteinander kommunizieren, um irgendwie hier an einer Lösung zu arbeiten. Dann fängt so langsam Musik an und eine Kamerafahrt und auf einmal geht so Licht an oder die LEDs gehen an in der Nacht im Wunderland und dann hat man so eine atmosphärische, schöne Einstellung über das Wunderland und das ist so ein bisschen, am Anfang sieht man direkt, okay, das ist so eine der Hauptdinger, um die es hier geht. Und sehr schöne Einstellungen und Bilder einfach aus dem Wunderland zu zeigen, wo man auch oft so zum Beispiel dann die Größenverhältnisse einfach verliert und man gar nicht mehr checkt unbedingt, dass es jetzt gerade ein kleines Modell ist, bis dann zum Beispiel mal wieder eine kleine, normal große Hand reinkommt und irgendwie was sauber macht oder so. Das war ein ganz netter Auftakt, fand ich. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen eigentlich, dass das mit klug inszenierten, hochqualitativen Filmaufnahmen, glaube ich, ganz, ganz gut funktionieren kann, dass in der Art Film, in dem Setting tatsächlich auch irgendwie interessant was erzählt werden kann, so ein bisschen. Ja, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, meine Güte, haben die sauber gemacht da, weil man hat gar keinen Staubkorn mehr in dem Moment und klar machen die auch viel sauber, nehme ich an, aber wenn man da mal war, sieht man schon, das ist nicht alles perfekt sauber, das geht gar nicht, aber für die Aufnahmen auf jeden Fall alles extrem sauber gemacht. Wahrscheinlich die Hälfte vom Budget in die Putzwipes oder so gegangen. Ja, genau, also das ist so immer wieder ein Teil, der eingestreut wird, um deine Frage weiter zu beantworten, das heißt sehr einfach schöne cinematografische Aufnahmen, was man im Wunderland alles erleben kann und da gibt es so viel, da wird man jetzt nicht von der Doku so weggespoilert, da kann man immer noch reingehen und tausend andere Sachen entdecken. Dann wird irgendwann übergeblendet und es gibt so die ersten Einstellungen mit dann den beiden Brüdern, wo sie halt aus dem oft dann so Interviews erzählen und so ein bisschen Fragen beantworten und sie dann im Grunde so anfangen zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass sich die beiden gedacht haben, A, dass sie das hier machen wollen und B, wie sie das dann am Anfang umgesetzt haben. Und mit welchen Leuten, das war dann relativ schnell, haben sie dann, ich glaube den Gerhard Dauscher zum Beispiel gefunden, der dann da deren Hauptmodellbauer war und so weiter und noch ein, zwei andere Personen werden dann hauptsächlich gezeigt. Und dann wird es tatsächlich sehr, ja, kriegt man viele Einblicke in deren Vergangenheit, Kindheit und wie das alles irgendwann mal in deren Köpfen auch so dazu gekommen ist. Das ist so der zweite Aspekt, der dann immer passiert. Und im dritten würde ich sagen, ist da noch so ein bisschen neben den cinematografischen Einstellungen haben sie dann die beiden Brüder noch als, ich bin nicht ganz sicher, ob Stop Motion wirklich ist. Ich glaube nicht. Ich denke, es ist digital gemacht. Genau, das habe ich gehört, dass im Film tatsächlich auch Animationssequenzen drin sind. Genau, da hat man dann wieder irgendwelche Einstellungen durch das Wunderland, durch die dann aber die beiden Brüder als Miniaturfiguren halt durchgehen, beziehungsweise teilweise sogar Aufgaben erledigen oder so. Ah, okay. Und das ist halt auch doch tatsächlich ganz nett eingestreut, muss ich sagen. Und das war sicherlich auch recht aufwendig. Ich weiß nicht, ich denke, es ist einfach animiert. Ich glaube nicht, dass es echte Stop Motion ist. Aber da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja. In der zweiten Hälfte hat man dann so ein bisschen, ich habe ja gerade angedeutet, das Miniaturwunderland hat sich ja erweitert vor, ich glaube, zwei, drei Jahren oder so. Und der erste Abschnitt, der da auf der anderen Seite gebaut wurde, das ist Rio de Janeiro. Und der Abschnitt wurde das erste Mal in Zusammenarbeit mit einem anderen Modellbauteam entwickelt. Und wie das eben ja auch am Anfang, also überhaupt wie das zustande gekommen ist und wie das am Anfang auch vielleicht erst mal so nicht unbedingt Konflikte heraufbeschworen hat, aber erst mal so Skepsis auf jeden Fall bei anderen Beteiligten hervorgebracht hat. Bei manchen dann wiederum nicht und wie sich die dann am Ende aber einfach super angenähert haben und die jetzt mittlerweile eigentlich gar nicht mehr ohne einander können im Grunde und sich so sehr ins Herd gewachsen sind. Das war dann so der zweite Teil dieser Entstehungsgeschichte im Wunderland und wie dann der Abschnitt am Grunde eröffnet wurde, beziehungsweise ich glaube, die Familie, mit der sie da zusammengearbeitet haben, ist dann für die Doku und für die Interviews nach Hamburg gekommen. Und das war dann so das ultra emotionale Ende der Dokumentation oder ich weiß nicht genau, was ist es nicht so eine klassische technische Dokumentation, wo man jetzt unbedingt erfährt, wie funktioniert das Wunderland. Ich glaube, dafür gibt es schon andere Sachen, die ich jetzt nicht gesehen habe, aber ich glaube 2004 oder es gibt auf jeden Fall so ein paar andere Dokumentationen oder dokumentarische Sequenzen auch im Fernsehen schon. Und das ist das hier jetzt nicht. Ja, okay. Also es ist auch nicht der erste Film darüber. Würdest du denn sagen, auch wenn ich jetzt nicht wahnsinnig in dem Thema Modellbau drin bin, ist der Film trotzdem interessant und kurzweilig? Oder würdest du sagen, na, sollte man schon irgendwie ein bisschen ein Feeling für mitbringen? Ähm, nee, muss man, glaube ich, tatsächlich eigentlich gar nicht. Also wenn man da natürlich generell keine Lust drauf hat, dann ist es natürlich immer schwer. Aber der Film ist schon wirklich sehr auf die, ich sag mal, emotionale Schiene, so legt er es an. Also so ein bisschen am Ende auf die Tränendrüse und also im Positiven tatsächlich, weil so viel Negatives wird jetzt nicht angesprochen und es ist schon eher so ein Biopic, in dem man über das Leben und die Vergangenheit von den beiden Gründern, deren Vater und so ein bisschen die Leute, die mit am Werk sind, eben erfährt. Und das fand ich teilweise echt extrem überraschend, wie, das ging doch schon ziemlich tief, muss ich sagen, was das angeht. Also auch wie der Vater irgendwann so, ja, Dinge eingesteht, dass er nicht genug für seine Söhne da war, setzt er sich einfach vor die Kamera und ich denke so, okay, krass. Ähm, muss man erst mal so auch die, die Eier zu haben, sag ich mal, das zu tun und da, also hauptsächlich geht es tatsächlich, würde ich sagen, um, ja, um die beiden, ne, also Gerrit und Frederik, um sie auch einmal namentlich zu nennen. Nicht, dass wir das hier hinten rüberfallen lassen und, ähm, ja, den muss man so ein bisschen, das sind ja auch nette Typen, ne, die haben ja auch gar kein, was auch so ein bisschen Geschäftsmodell oder Erfolgsmodell ist, die haben ja gar keinen Geschäftssinn oder so, dafür machen die das ja nicht, ne. Die machen das ja, weil die, äh, Geschichten erzählen wollen und das, da kommt auch so ein bisschen wieder rüber, sie wollten einfach die Wirklichkeit nachbauen, schon in ihrer Kindheit damals, möglichst perfekt und haben dann halt irgendeinen Aufhänger, in Anführungszeichen, gebraucht und das war halt diese, äh, ähm, Modelleisenbahn, ne. Also die Modelleisenbahn ist da und die ist auch, keine Ahnung, Kilo, elf Kilometer lang oder was weiß ich, ne, ähm, tausende von Gleisen und Pipapo, aber denen geht's schon eher darum, wie erzählt man hier Geschichten und wie kann man das auch hinbekommen, äh, dass man in einem, äh, Besuch oder nicht auf einem Blick alles erfährt, sondern man muss dann verschiedene, äh, Winkel sich angucken, vielleicht ist hinter irgendeiner Brücke oder einem Stein irgendwas versteckt oder, äh, da gibt's halt so viel zu entdecken. Weil sie einfach gemerkt haben, dass man, obwohl sich die meisten Figuren ja gar nicht bewegen, einfach unglaublich gut Geschichten erzählen kann und wie sie das halt so ein bisschen dann auch erzählen von ihrer Persönlichkeit her und wie das alles gekommen ist, das, äh, das erfährt man, ja. Ja, also die Modelleisenbahn quasi mehr als, äh, Mittel zum Zweck fürs Geschichten erzählen und, äh, auch so ein bisschen die, für die, für die emotionalen Hooks, die dann der Film anscheinend auch hat. Ähm, würdest du sagen, auch kindgerechter Film oder doch eher für die Großen? Nee, schon, da kann man mit jedem reingehen. Also da, äh, das ist gar kein Problem. Das ist im Grunde, man könnte auch sagen, es ist ein großer Imagefilm. Also es ist jetzt... Ja, ne, so klingt's teilweise ein bisschen, ja. Ja, ist schon, wenn man da irgendwie ein Problem mit hat, was ja auch, ja, kann ich verstehen, ne, dass man irgendwie so sehr wenig Kritik vielleicht auch erfährt oder mir haben auch schon so ein bisschen Sachen gefehlt. Okay, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich mit der ganzen Steuerung und, ähm, wie hat denn das am Anfang funktioniert? Das wird mal erzählt, okay, irgendwie waren, war es schwer, Leute zu finden, die das Projekt unterstützen, aber wie hat das Ganze jetzt Finanzierung gefunden? Und, ähm, ja, es wird jetzt nicht groß über irgendwelche Schicksalsschläge oder, äh, so berichtet, ne? Das ist schon alles, äh, würde ich sagen, familiengerecht. Ja, da kann man, äh, eigentlich getrost mit seinen, mit seinen Kindern auch reingehen, ja. Also, wenn man's Wunderland noch nicht kennt, würdest du sagen, äh, vorher ins Wunderland und dann den Film gucken oder umgekehrt? Gute Frage, weil ich's ja jetzt schon kannte. Ich hoffe natürlich, dass man, wenn man den Film sieht und die ganzen tollen Aufnahmen sieht und so, dass man dann jetzt nicht denkt, oh, jetzt hab ich ja alles gesehen, ne? Das wär natürlich schade, weil man sicherlich nicht schon alles gesehen hat und es ja auch tatsächlich, ähm, sehr verstärkt jetzt um diesen neuen Abschnitt geht. Äh, also so das Gros des Wunderlands wird halt hier in der Dokumentation, würde ich sagen, auch gar nicht unbedingt erfasst, sondern es geht schon, ja, mindestens ab der Hälfte eben um diesen, ähm, Südamerika-Abschnitt und so. Und da wird sich schon stark drauf fokussiert, auch wenn dann die Aufnahmen aus vielleicht den anderen Bereichen sind, aber da gibt's einfach, also so viel zu entdecken. Ich glaub, das ist, äh, auch nach dem Film eher so ein Appetithäppchen, ne? Also, vielleicht musst du dir ein Film angucken und dann überlegst, ob du neben, nebenher nochmal danach ins Wunderland gehst. Vielleicht entdeckt man, sieht man da drin ja auch, äh, Dinge, die man dann gerne in echt nochmal entdecken möchte oder, oder finden will oder so. Ja. Ja, und was ich auch nett fand, es gibt so ein paar, wie gesagt, es gibt einfach super viele Dinge zu entdecken und davon wurden dann auch so ein paar in der Nahaufnahme jetzt zum Beispiel gezeigt, also es gibt dann irgendwie einen, äh, Pinocchio, der, äh, dessen Nase wächst und so kleine Geschichten, die überall passieren, ne? Die man beim ersten Mal vielleicht auch gar nicht alle sieht, ne? Aber so ein paar hat man dann hier in dem Film schon. So ein paar Spoiler quasi. Genau, ja. Gab's denn irgendwas, wo du sagst, nee, fand ich jetzt nicht so geil? Also wie gesagt, ich hätte mir es gerne einfach eine halbe Stunde oder 20 Minuten länger angeguckt, wenn man, ja, wenn man dann halt so ein bisschen mehr noch reinbringt über, was sind eigentlich die, wirklich die Technik dahinter, weil, also so hinter den Kulissen erfährt man jetzt schon sehr wenig, muss ich sagen. Also das ist nicht die Intention von dem Film, aber das finde ich eigentlich immer spannend. Ja, na klar. Und klar, jetzt erfährt man eben sehr viel über die Familiengeschichte und so weiter und das ist sehr emotional. Äh, dadurch ist auch so ein bisschen der Score, der drückt da schon auch so ein bisschen mit rein in die Emotionsschiene, ja, der ist schon auch sehr präsent, muss ich sagen. Ich finde das auch immer nicht so schlimm, aber da, das kann einen schon vielleicht auch tatsächlich nerven. Äh, das sind so die Hauptsachen, wo ich mir gedacht hab, ja, also, es ist schon alles sehr poliert, ne? Ja, okay. Auch wenn sie doch schon, äh, erstaunlich ehrlich, würde ich sagen, über auch ihre Gefühle und so reden, zumindest wie man das jetzt als neutraler Beobachter irgendwie hier wahrnimmt, aber so die Aspekte hätte ich mir schon gewünscht, dass da vielleicht ein bisschen mehr kommt, aber vielleicht muss ich mir da auch die alten Dokus nochmal angucken, die es ja schon gibt, das kann natürlich sein. Ja, aber grundsätzlich höre ich da, glaube ich, von dir eine Empfehlung raus. Ja, also, wer, wem das Thema interessiert, auf jeden Fall, ne, ähm, wenn man da jetzt so gar keine Berührungspunkte mit hat, dann ist es, glaube ich, schwierig, damit zu connecten, aber, äh, wer grundsätzlich Interesse an dem, an dem Thema hat und vielleicht einfach auch weit weg von Hamburg wohnt, ne, und jetzt da nicht mal eben, äh, selber ins Wunderland gehen kann, der, äh, ist hier mit dem Film auf jeden Fall schon ganz gut bedient und kriegt einen sehr schönen Einblick in, äh, was man dort zu sehen bekommt, würde ich sagen. Okay, das klingt doch eigentlich alles sehr gut und jetzt bin ich vielleicht doch auch ein bisschen schmackhaft gemacht. Das ist ja schon mal was. Mal gucken, ob ich es mir halt, äh, dann irgendwann in den eigenen vier Wänden, äh, auf dem Fernseher erstmal angucke oder ob ich es tatsächlich noch schaffe. Geht natürlich auch. Vor, vor den nächsten, äh, 17, 18 Jahren dann doch mal persönlich hinzugehen. Und es gibt ja auch die Ausrede nicht, dass man es sich nicht leisten kann, weil es ja jedes Jahr, ähm, ich glaube, vielleicht ist das sogar im Moment wieder und es, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es auch tatsächlich immer so, aber es gibt immer bestimmte, äh, Wochen, Wochenenden, an denen, äh, sie sagen, jeder, der es sich nicht leisten kann, ins Wunderland zu gehen, kann ins Wunderland gehen und dann sagt man da im Grunde nur, dass man es sich nicht leisten kann und dann kommt man umsonst rein oder wie auch immer das funktioniert. Genau, ich glaube, man muss es, ich glaube, man muss es nur an der Kasse sagen, glaube ich, dass man es sich nicht leisten kann oder so und dann, dann darf man, darf man rein. Genau, ja, da gibt es halt dann so offizielle, offizielle Tage, wo es dann, oder Wochen, glaube ich, wo es dann auch immer relativ voll ist. Es ist natürlich schöner, wenn es leerer ist. Ja, ja, gut. Meistens der Fall. Naja, gut. Okay, wunderbar. Ich glaube, das ist jetzt von der Länge her auch langsam an der Grenze. Deswegen würde ich sagen, erstmal dir vielen Dank, Manuel. Und uns in Lebensgröße gibt es auf der Webseite www.tele-stammtisch.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und dir, Manuel, einmal das letzte Wort. Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke für das nette Interview und dass ich mal zeigen konnte, was ich Ahnung habe. Geht ins Wunderland, schaut euch den Film an und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank.